Helene und Florian gehören irgendwie zusammen und scheinbar sind sie auch gar nicht wirklich getrennt. Beraschende Aussagen der beiden Die Bilder flimmerten über die deutschen TV-Bildschirme und viele Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Helene Fischer und Florian Silbe eisen sich innig und mit Tränen in den Augen in den Armen lagen. Man hatte nicht das Gefühl, dass die beiden sich getrennt hätten, im Gegenteil das Gefühl der Wärme und Nähe war überwältigend. Jetzt hat Florian Silbe eisen im Interview Unglaubliches verraten. Florian und Helene, immer zusammen. Man fragt sich doch immer wieder, wie hält Thomas Citell das bloß aus? Irgendwie führt er ja eine Dreiecksbeziehung mit Helene und Florian und steht dabei immer im Schatten der beiden. Nun verriet Florian in einem Interview, das bestätigte der Moderator nun selbst. Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich, sagte er. Mit ihrem eigentlichen Freund, Thomas Citell hingegen, sieht man sie fast überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Was ist da los? Wirklich getrennt scheinen Florian und Helene nicht zu sein. Aber, Flore legt sogar noch nach. Große Gefühle zwischen den beiden, dass da immer noch große Gefühle zwischen Florian Silbe eisen und Helene Fischer herrschen, sieht man überdeutlich, und Florian bestätigt all dies freimütig im Interview. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer, sagte der Moderator. Puh, solche Aussagen müssen Thomas Citell bis ins Markt treffen. Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, die Zahnbürste, das verbindet, das vergisst man nicht so schnell. Trotzdem, nach einer Trennung, und diese vor allem wegen eines anderen, die meisten Paare hätten sich nicht mehr viel zu sagen. Diese großen Gefühle sind es, die immer wieder die Hoffnung nähren, dass Flore und Helene wieder zusammenkommen. Florian Silbe eisen ist als Sänger und neuerdings auch Schauspieler ein echtes Allround-Talent. Alles, was er anpackt, gelingt. Gibt es auch im Liebesleben von Florian Silbe eisen eine positive Wendung? Ein Kollege verrät Unglaubliches. Seitdem sich das Traumpaar Florian Silbe eisen und Helene Fischer vor über einem Jahr trennte, gab es keine neue Frau im Leben des 38-Jährigen. Wie ist das Traumpaar Florian Silbe?